einen wunderschönen guten tag liebe freunde und herzlich willkommen zu diesem video ja schön dass ihr mal wieder eingeschaltet habt es ist ein bisschen herzlich das letzte mal ein solches quatsch video gemacht habe deswegen seht mir bitte nach ich bin leider was sowas angeht nicht immer ganz so enthusiastisch dabei wie vielleicht mit dem einen anderen video ja liebe freunde das jahr neigt sich dem ende entgegen wir haben heute den 31.12.2023 also der letzte tag des jahres oh wunder ja und ich wollte die gelegenheit doch noch einmal nutzen um mich bei euch das jahr zu bedanken für all die schönen momente die wir gemeinsam auf twitch oder auf youtube erleben durften und natürlich für euren support denn und das sage ich immer wieder und das sage ich gerne immer wieder dieser kanal wäre wahrscheinlich in dieser form gar nicht mehr existent wenn auch du da ist die kamera du dich aktiv mitmachen würdest und diesen kanal durch deine anwesenheit supporten würdest es bedarf nicht viel es bedarf keine interaktion in form von likes dislikes abonnieren oder sonst irgendwelche gedönse das einfach ansehen des videos reicht vollkommen aus damit support gewährleistet wird dafür möchte ich danken und ich hoffe auch dass wir uns im kommenden jahr 2024 dann auch in alter frische entsprechend wiedersehen werben und dann bleibt mir nur zu sagen dass ich euch natürlich auch einen guten start ins kommende jahr ins jahr 2024 wünsche bleibt gesund ja das ist das wichtigste im leben und schaut dass ihr vielleicht das ein oder andere was euch so umtreibt negative aus der welt schafft das ein oder andere positive erlebt und am ende des tages das glück im vordergrund steht auf das 2024 nicht so scheiße wird wird 2023 wenn bei euch natürlich 2023 nicht so optimal verlaufen ist ansonsten wünsche ich euch natürlich ein ähnlich erfolgreiches jahr wie dieses jahr und wie gesagt viel gesundheit viel erfolg und so weiter eine information habe ich dann dennoch das let's play von my time at cent rock was wir vor einiger zeit mal angefangen haben dann auch wegen baldur skate unterbrochen haben ich hatte dazwischen durch nochmal drüber nachgedacht und ich habe mich entschieden dieses nicht vorzusetzen ja ich werde die folgen auf dem kanal lassen aber ich werde es nicht weiter fortführen also wieder wenn baldur skate irgendwann mal zu ende ist noch davor wie auch immer weil mich dieses spiel selbst nicht so gecatcht hat und ja ich will jetzt nicht weil ich weiß dass sandrock sicherlich auch ein spiel wäre wo wir uns mit 200 folgen plus dran beschäftigen können ich will jetzt nicht so lange ein spiel spielen wo ich käme wo ich nicht wirklich lust drauf habe da bin ich ehrlich zu euch das merkt ihr und dadurch leidet auch euer spaß beim ansehen des videos und deswegen erspare ich euch das einfach ja wir konzentrieren uns lieber auf spiele die unter allen spaß bereiten ja die mir spaß machen die euch spaß machen und dann denke ich mal werden wir da schon ganz guten deckel drauf kriegen nicht wahr ja ich hoffe auch ihr hattet ein wunderschönes weihnachtsfest ist natürlich jetzt schon ein bisschen spät eigentlich wollte ich dieses video schon eher machen habe es dann allerdings irgendwie verpasst keine ahnung und jetzt haben wir auch schon den 31.12 deswegen habe ich einfach mal kurzerhand da ein jahres abschlussvideo draus gemacht also wir sehen uns im kommenden jahr wenn ihr wollt in alter frische wieder bis dahin wünsche ich euch alles gute kommt gut rein feiert mit euren liebsten oder alleine wie es gerne möchtet und im nächsten jahr sind wir auch wieder auf youtube auf twitch wieder mit dabei mit tollen projekten alten projekten neuen projekten alles ist dabei ein paar schöne habe ich dann noch in der pipeline aber dazu vielleicht noch mal mehr macht es gut bis dahin euer kid ma und ciao ciao ja Vielen Dank.